Musik Herzlich Willkommen an der Friedrich-Dessauer-Schule. Kann ich dir weiterhelfen? Ja, hi, ich wollte mich mal über die Fachhochschule hier informieren. Dann bist du hier genau richtig. Schau dir doch mal unser Video dazu an. Musik Du hast den mittleren Abschluss und möchtest die Fachhochschulreife machen? Dafür solltest du entweder den mittleren Abschluss mit maximal 1-4 in den Hauptfächern gemacht haben oder in die gymnasiale Oberschufe versetzt sein. Wenn du schon eine Ausbildung abgeschlossen hast und nochmal in die Schule gehen willst, um die Fachhochschulreife zu machen, bist du hier genau richtig. In der 11. Klasse bist du zweimal hier, bei uns an der Schule und die restlichen drei Tage bist du dann in deinem Betrieb, den du dir selber aussuchen darfst. In der 12. Klasse ist übrigens Vollzeitunterricht angesagt. Bei uns gibt es die Fachrichtungen Elektrotechnik, Bautechnik, Informationstechnik, Maschinenbau, Wirtschaft und Verwaltung und Wirtschaftsinformatik. Für was interessierst du dich? Du hast die Wahl. Wenn du fertig bist, hast du die Fachhochschulreife oder auch einfach gesagt das Fachabi. Und genau das qualifiziert dich dazu, an einer Hochschule oder Uni zu studieren oder in den öffentlichen Dienst zu gehen. Du bist übrigens optimal auf deine digitale Zukunft vorbereitet, wenn du beispielsweise eine unserer iPad-Klassen besuchst. Wir sind eine Schule mit hohem Praxisbezug und moderner Technik, damit auch du optimal auf dein Berufsleben vorbereitet wirst. Nimm deine Zukunft jetzt in die Hand und informiere dich über die vielfältigen Möglichkeiten, die unsere Schule bietet. Wir sind Partner vieler heimischer Unternehmen und unterstützen soziale Projekte in der ganzen Welt. Wir würden uns freuen, wenn du Teil unserer Schulgemeinde werden würdest. Wir sind ein absoluertesазывאת. Wir sind eine Schule, die sie sehen können.